Ich zeig euch hier gleich ein Planogramm, wie es einzuräumen ist. Das seht ihr 20 Sekunden. Dann gehen wir ganz entspannt rüber, weil wir machen uns heute absolut gar keinen Stress. Und dann erkläre ich euch nochmal ein paar Regeln und dann räumt ihr ein. Und deswegen habt ihr 20 Sekunden für euer Regal. Okay. Ja, aber es gibt fünf. Es gibt fünf. Ich mach die ersten zwei. So. Ich mach die ersten zwei. Guckt es euch an. Guck mal, da ist zum Beispiel, ihr dürft auch, ihr müsst auf die Farbe achten. Ich mach die ersten zwei. Weil M&M's und Cola mag man gern, aber steht woanders. Warte mal, nur gelb jetzt. Ja, klar, aber ich muss ja erzählen, was ich da alles schmiss. Du willst mich ver... Du machst das Letzte, ich mach die erste. M&M's, M&M's, die ersten zwei. 37. Nicht wundern, das ist ein angetrunkenes Bier von Marco. Ich kann das gar nicht erkennen, was das ist. Ja, notfalls merkt euch die Optik. Bisschen fies muss man sein, wir sind bei Promi Big Barser. Das ist ein hartes Ding und es geht rund um 100.000 Euro. Scheiße. Alles vergessen? Nein. Komm, wir gehen rüber. Doch, ich auch. So, das wird schon. Ich mach es auch knackig. Oh Mann, ey. So, also, ich sag euch nochmal, ihr seid Team... Gelb. Gelb. Das ist euer Regal und das ist euer Regal, wo ihr die Sachen rausnehmt, weil hier sind die gelben Streifen und ihr seid Team Gelb. Stellt euch mal bitte hierhin, nehm ich, Luis. Ne, das ist Team Pink. Was? Achso. Ja, gelb. Ihr habt nur das Regal. Komm, das ist schon mal nett von mir, das sag ich aber allen. Leute, hört mir zu, das ist ganz, ganz wichtig. Weil, Luis, ich sag, großen Bruder, klein, schön, das ist wichtig. Wenn ihr was nehmt, zum Beispiel hier, das ist nicht aus eurem Regal, als Beispiel. Ruft ihr M&M's, gelb. Lauf zur Kasse. Luis! Ach, die Kasse. scannt an und räumt es dann, wo es hinkommt. Wenn du vor Ausprägung zweimal scannst oder irgendwas falsch ist oder irgendwas, ihr könnt alles immer nochmal umräumen, ihr habt ja vier Minuten Zeit, könnt ihr es auch hier wieder rauslöschen. Einfach auf den Mülleimer drücken, löschen, Mülleimer löschen und dann ist die Kasse wieder leer. Es ist ganz wichtig, dass ihr scannt, falls es zum Unentschieden kommt. Und ich darf es nur einzeln nehmen? Ihr müsst nur ein Produkt nehmen. Also ihr müsst nur ein. Äh, echt jetzt? Nicht die ganze Palette. Ich dachte, die ganze Palette. Ein Produkt steht für die Palette. Natürlich, wenn ihr jetzt sagen wollt, hey Penny, hier, ich such grad einen Job, weil Instagram läuft nicht so, könnt ihr das auch schick machen. Aber wichtig ist die Reihenfolge. Ja. Wichtig ist die Reihenfolge. Okay, keiner hat mir zu. Wichtig ist die Reihenfolge. Wir haben alles verstanden. Und dann würde ich sagen, der große Bruder stimmt das Spiel an. Das fängt an, ne? Hört zu. Und dann einfach ins Gelbe Regal. Ja, ja. Können wir alle zusammen? Genau, Heda, ihr könnt gleichzeitig aber nur ein Produkt, den Namen nennen, scan, einräumen, nächstes holen. Mach du zuerst. Okay, ja. Ihr könnt aber gleichzeitig. Und der große Bruder gibt ein Signal. Ein Produkt nehmen. Nein, genau Brötchen gesagt. Du musst dein Produkt sagen. Haferdrink. Sandwich. Toastbrot, ja, einräumen. Mach weiter, mach weiter. Du hast Haferdrink gesagt. Leute, ihr habt erst zehn Sekunden gebraucht. Ja, egal. Haferflocken hier. Sehr gut, Haferflocken. Thunfisch. Scheiße. Sehr gut. Ankel Benz. Reis. Original Ankelreis. Bifi Roll, ja. Bifi. Scan. Deiner Tipp, es sind auch Scanner einfach hier an der Seite, da könnt ihr auch für Chupen machen, aber... Was war das? Da neben war noch irgendwas Oranges. Warte, warte, da war noch was. Jumping Yons. Ah, Ravioli. Die hab ich geliebt. Die waren... Ja, ja, nee. Oder? War das nicht dein? Ja, das war das. War das dein Rival? Ich kann ja erst mal das reinstellen. Okay, du schaffst das. Äh, Ravioli. Ja, Ravioli. Kuhnfischfilets. Bifi. Waren bei mir Bifi? Es waren doch nur zwei nebeneinander. Nein, bei mir waren ein. Nein, es waren teilweise drei. Also ich kenne alle Produkte, aber ich musste... Bifi Roll, waren das Bifi Rolls? Ja, bei Bifi war das ja. So, ihr habt noch genug Zeit. Ist ja egal, oder? Aber das muss die Bifi gewesen sein. Es muss die Bifi... Hab ich gerade gesagt. Du musst jetzt schüren, das ist ein Vorteil. Beim großen Bruder auch. Hast du wohl recht. Bei dir? Echt jetzt? Du bringst mich durcheinander. Red Bull. Ihr habt noch zwei Minuten 47. Ah, ja, ja, ich weiß es jetzt. Ihr könnt auch jederzeit sagen, wir sind fertig. Dann ist ein bisschen Zeit auf dem Konto. Warte, Red Bull Energy Drink. Ja. Achtung, er piept zweimal wegen dem Pfand, weil wir sind wirklich am Kassensystem vom Schnellheil ausgeschlossen. So, fertig, oder? Das müsst ihr entscheiden. Ja, Leute. Warte, 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 warte. Luis, guck mal am besten. Ich hab auf eure nicht geachtet, ne? Hier oben ist was drauf. Ich hab auch erst hier drauf geachtet. Man muss sagen, hier ist auch noch was. Aber das ist nicht in der richtigen Reihenfolge. Ist das egal? Die Reihenfolge hab ich mehrfach gesagt. Das muss 21 Reihenfolge sein, die du auf dem Bild hast. Das war rechts. Das ist ja wie beim Zahlenschloss. Wenn du die drei Zahlen hast, musst du auch die richtige Reihenfolge haben. Ja, ja. Ich versteh schon. Ich hab erst gedacht, das wären Chips auf dem Foto. Jetzt hab ich nur die durchsichtigen, ne? Gibt's. Jetzt bin ich komplett falsch. Warte mal. Red Bull war links, Haferdrink war rechts. Aber in Memory ist ja auch die richtigen Bilder an der richtigen Seite. Ja, ja. So, Leute, ihr habt noch eine Minute 50. Ihr dürft auch ausschöpfen, ist ja egal, ne? Ihr könnt ausschöpfen, aber natürlich... Können wir das Bild sehen? Was? Können wir das Bild sehen? Nein. Also 10 Sekunden geben wir denen. Nein, nein. Aber eine Minute Zeit. Wenn ihr Zeit habt, währenddessen mit mir zu diskutieren, Hut ab. Scheiße. Hier waren auf jeden Fall zwei orange Sachen. Fabioli, war die Bifi so? Guckt doch an der Verpackungsgröße, oder? War die Bifi so? Von der Toilette, ob das dann überhaupt passen würde. Da waren immer zwei orangen Sachen. Und ich glaube, das ist... War das... Also Jumping Jungs mit 50. Ich glaub, Red Bull war... War das nicht hier oben, Red Bull? Ihr habt noch eine Minute und 15 Sekunden. Kann ich mir auch Produkte da rausnehmen? Ich glaube nicht. Wie meinst du das? Einfach, um zu gucken, um das nebeneinander zu stellen. Mach, ich erlaub's dir. Okay. Aber wenn du's reinstellst, scan und ansagen. Red Bull weiß ich nicht, ob das so war. Okay. Sandwich Toast. Nee. Nee, nee, du musst es jetzt... Du willst es ja nur ranhalten, oder? Ja, dann halt's ran. Aber wenn du jetzt sagst, ich stell das da dauerhaft hin, musst du's mir natürlich... Nee, nee, ich will's nur einmal kurz für die Optik haben. Natürlich. Ist smart. Ihr habt noch 53 Sekunden. Das ist auf jeden Fall da. Ja, okay. Was ich gelernt hab, einfach mal den Onkel zuhören, dann hätte man geraten. Die Reihenfolge ist wichtig. Ich bin doch ein bisschen nervös. Mann! Was würdest du mit 100.000 Euro machen? Du, ähm, meinen Eltern schön Urlaub spendieren, viel verreisen, schöne Sachen damit machen. Okay. Ist doch gut, oder? Ja. Die Zeit läuft. Ja. Ja. Ihr könnt auch sagen, reicht uns. Ja, reicht uns, ne? Warte mal. Warte mal. Daniel, ihr hattet noch da, ihr wolltet irgendwas messen. Ist vollkommen in Ordnung. Wartet einmal bitte. Ihr habt nur noch 23 und 22 Sekunden. Warte. Warte. Ich mach die Zeit nicht. Das musste... Ich weiß halt gar nicht, dass man ändern könnte. Ich auch nicht. Es ging so schnell. So, es sind noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Bitte, bitte, weh. Du, kann das sein, das ist komplett... Soll ich euch was ganz Gemeines sagen? Ich wehr jetzt alleine aus. Ihr geht bitte zurück. Echt jetzt? Ja, ihr geht zurück. Ihr seid nicht dabei. Ich nehme jetzt wie so eine Mutti meinen Korb. Und mach mal ein bisschen Cookie Cookie, ob es richtig oder falsch ist. Weil erst im Finale natürlich, wenn wir da alle wieder zusammensitzen als Gang, sag ich, wer gut ist und wer nicht gut ist. Deswegen, ihr könnt auch diskutieren und alles. Seid ihr zu... Du bist nicht so zufrieden? Doch, es kann alles richtig sein oder alles falsch. I don't know. Das ist wie nach einer Mathearbeit damals. Oder so. Entweder ich spielen mit einem Eins aus oder mit einem Sechs. Ich stelle mich auf schlechte ein und dann vielleicht wird es besser. Das ist jetzt so. Wir haben halt eine Aufteilung gehabt, ne? Das Ding ist durch. Wir haben eine Aufteilung jetzt gehabt. So, dann geht mal bitte raus. Ich nehme hier mein schlaues iPad. So. Wir sind bei Team Gelb. Ihr seht das natürlich schön im Split. Uiuiuiuiuiuiui. Okay. Ich fange unten an. Wir fangen unten an. Komm, da gehen wir mal auf die Knie. Man sieht es im Planogramm, hier stehen die sechs Dosen Red Bull. Hier ist Red Bull. Gibt den ersten Punkt. Onkel Benz passt auch. Punkt Nummer zwei. Bio-Haferdrink, sieht man auch, steht gut drin. Dementsprechend, ich glaube, Sophia hatte die letzte Etage, die hat alles richtig gemacht. Und jetzt kommen wir zu, es ist hart, aber komm, wir sind bei Promi Big Brother, da muss es hart sein. Ist falsch. Wäre richtig. Und jetzt, ich sehe schon wieder die Kommentare, drück mal die Augen zu und alles drumherum. Aber es gibt nur ein richtig. Es gibt auch nur bei einer Herz-OP, wenn man zum Arzt sagt, ey, 90 Prozent waren gut, die anderen zehn nicht, ich bin tot. Man braucht 100 Prozent. Deswegen wird es hierfür leider keine Punkte geben. Ah, dann gehen wir eins höher. Haben hier die Aufbackbrötchen, die sind richtig. Punkt Nummer vier. Und auch die Haferflocken. Punkt Nummer fünf. Und jetzt wird es wild. Der Thunfisch im eigenen Saft ist richtig. Champignons hätten hier umhin gemusst. Leider falsch. Und hier der andere Thunfisch, war sehr schwer, aber richtig gemacht, stand auch auf der richtigen Position. Und hier oben wären eigentlich drei Dosen gewesen. Also zwei Dosen und Tommy. Und es ist nur Tommy. Da bin ich aber mal gnädig und sage, okay, guck mal, es liegt auch hier außen, hier hätte man noch was hinstellen können. Ich habe auch gesehen, wie Luis immer geguckt hat, kommt da noch was rein. Deswegen gebe ich den Punkt, aber den vom Brot nicht. Und jetzt zählen wir nochmal die Punkte. Punkt eins. Punkt zwei. Punkt drei. Punkt vier. Punkt fünf. Punkt sechs. Punkt sieben. Und Punkt acht. So, acht Punkte ist solide. Damit sind sie auch schon gut dabei.